Die Spoiler zu One Piece Kapitel 1077 sind raus, es wird ganz schön abgedreht, wenn ich ehrlich bin, ja, wir haben explodierende Köpfe und endlich mal Zorro, der was realisiert und das ist auch der Titel des Kapitels und zwar, du hättest es früher begreifen sollen und das ist auf Zorro bezogen, der endlich mal merkt, dass er vor ein paar Tagen ja gegen King, einem Lunaria, gekämpft hat und jetzt mal begriffen hat, dass die Seraphim-Pazifista Lunaria-Gene haben, ja, er merkt halt, dass sie die gewissen Eigenschaften haben, wahrscheinlich die dunkle Haute, die weißen Haare, die Flammen vor allem, ja, und bei King war es ja so, dass Zorro dann darauf kam, dass wenn King sich mit diesen Flammen boostet und diese dann nicht mehr zu sehen sind, dass er dann halt auch gleichzeitig schwächer ist, wenn es um seine Abwehr geht, also King selbst wurde stärker, seine Abwehr ist runtergegangen und so konnte Zorro im Endeffekt überhaupt gewinnen, weil er das bemerkt hat und das könnte bei dem Pazifista hier natürlich dann ähnlich wichtig sein, dass er den Tipp an Ruffy und Co. gibt und die somit die Seraphim besiegen können, was auch logisch wäre, weil du musst ein paar Gegner zumindest hier irgendwie dem Erdboden gleich machen und da wären die Seraphim natürlich gut geeignet, erstmal in ihrer ersten Version, weil die wahrscheinlich ein bisschen heranwachsen bis zum Finale und dann noch ein bisschen stärker zurückkehren, aber du hast noch 100 Marine-Schiffe mit Kizaru und Saturn, ja, also ich denke, da kommt noch so viel auf die zu, dass die ja auch irgendwie ein paar Gegner zumindest besiegen sollten und dann auch irgendwie abhauen müssen, ja, weil wir wissen, da ist eine Kampfkraft unterwegs, die vielleicht noch ein bisschen zu extrem ist für die Strohhüte. Es geht dann auch mit der Cover-Story weiter, wo Caesar und Judge erkennen, dass Vegapunk ein Hindernis darstellt und ja, wahrscheinlich wollen die ihn dann irgendwie loswerden und es ist sowieso merkwürdig, weil die Story sich so ein bisschen verändert hat mit dem, was wir eigentlich vorher wussten und jetzt auf einmal Vegapunk schon bei der Grosse zu Besuch war und jetzt daraufhin von Caesar und Judge irgendwie als Feind gesehen wird, also alles nicht so ganz das, was wir damals in Whole Cake erfahren hatten, wo es einfach nur hieß, Judge und Vegapunk haben zusammengearbeitet und Vegapunk wurde dann gefangen genommen und ist deswegen irgendwie abhandengekommen. Alles so ein bisschen verdächtig, wenn es in die Vegapunk-Richtung geht, natürlich Judge nicht unbedingt der glaubwürdigste Charakter, aber irgendwie vertraue ich dem gerade mehr als einem Vegapunk, ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer noch unseren großen Mystery-File hier auf Ergelt haben. Und zu den Vegapunks kommen wir jetzt auch, es ist nämlich so, dass Usops Truppe zusammen mit Lilith gegen S. Snake kämpfen, also den Boar Hancock verschnitt und Lilith benutzt ihre Bubble Gun, also ihre Blasenkanone, die sie schon benutzen wollte zuvor, aber dann passiert's, Usopp wird versteinert. Ja Leute, wo soll das jetzt hinführen? Ich meine, da gibt's ein paar Lösungen und zwar entweder dieser Boar Hancock-Verschnitt kriegt einen freien Willen und kann das nochmal umdrehen, ja, wir wissen von Boar Hancock selbst, also vom Original, das, was wir auch vor kurzem erst im Blackbeard-Kapitel dann erfahren hatten, dass es halt nicht ungeschehen gemacht werden kann, wenn sie es halt nicht möchte, ja, also würde sie jetzt draufgehen, könnte man es nicht umdrehen, wenn sie es nicht will, kann man es nicht umdrehen und wenn die Teufelsfrucht an jemand anderen angeblich geht, kann man es auch nicht umdrehen, das bedeutet freier Wille oder ein Befehl, ja, der Befehl könnte dann natürlich hier ausschlaggebend sein, das würde bedeuten, du brauchst einen Kontrollchip oder jemand höher gestellten Gorosei, kann man ausschließen, offensichtlich, wieso soll der der Usopp-Retner sein, du hast auf einmal eine unglaubliche Verknüpfung, unlogisch, ne? Oder Vegapunk selbst könnte der Schlüssel sein, also der Hauptkörper, falls er natürlich eine gute Person ist, steht ja immer noch so ein bisschen in der Luft, ich tendiere zu über 90% dazu, dass er doch gut ist und, ähm, ja, zu ein paar Prozent, dass er vielleicht doch noch ein bisschen Dreck am Stecken hat, ja, gerade mit der Cover-Story gerade, die immer so ein bisschen in die Richtung deutet, dass er vielleicht nicht so ganz sauber ist, aber nur er könnte ja den Befehl geben, dass die Versteinerung umgedreht wird, ja, und sonst kommt da ja nicht wirklich jemand in Frage, aber vielleicht ist es auch der Kontrollchip selbst, oder, was eine interessante Storyline wäre, die sich ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen angedeutet hat, freier Wille, ja, dass die Seraphim dann doch letztendlich freikommen, oder vielleicht auch nur diese Bo Hancock und die anderen halt nicht, aber es wäre ja nicht weit hergeholt, dass die doch selbst entscheiden und frei agieren können und dann letztendlich das Ganze so rückgängig gemacht wird, aber eins ist ja klar, Usopp kann ja jetzt hier nicht verständlich zurückbleiben und er wird wahrscheinlich auch nicht als Statue mit in den nächsten Arke tragen und kann dann dort nicht mit agieren, nachdem er vier Jahre in Warnukuni nichts gemacht hat, ja, also es ist ein bisschen lange her, seit Usopp wirklich ganz groß was gerissen hat und ich denke, deswegen sollte diese Verständungsthematik auch schnell wieder, äh, beseitigt werden und, äh, geklärt sein, aber, dann kommen wir zum Ende und das liest sich irgendwie so ein bisschen wie ein Witz, ja, wir haben noch nicht den ersten April erreicht, ja, erst in ein paar Wochen und zwar, am Ende des Kapitels wird Shaka in den Kopf geschossen und sein Kopf explodiert, steht hier einfach ganz trocken, ja, ist tatsächlich so und natürlich, Leute, sage ich euch eins, Oda will hier eine Sache machen und zwar hat er wahrscheinlich immer gewusst, als er das geschrieben hat, dass man auf Shaka kommen wird, ja, jetzt will er es so aussehen lassen, als ob Shaka halt nicht mehr da ist, aber das Problem, was ich dabei habe, ist, wir haben noch keine Bilder natürlich, ja, aber, solange Shaka nicht einmal seinen Helm abgenommen hat, kann ich es nicht glauben, ja, und werde es nicht glauben und ich bin eigentlich jemand, der von Kapitel zu Kapitel gerne seine Meinung komplett ändert, ja, wenn die Story das, ähm, verlangt, dann bin ich jemand, dann drehe ich mich auch gern 180 Grad und sage, okay, ich lag falsch, aber, der hat noch nie seinen verdammten Helm abgenommen, das stört mich zu sehr und das stört mich zu sehr, dass er am Anfang mit Dragon gesprochen hat und noch nicht, ich finde, diese große Rolle erfüllt hat, die er eigentlich angeteast hat und die für uns angeteast wurde, deswegen ist das meine erste Meinung zu Shaka, ihr könnt gerne mal eure in die Kommentare schreiben, ich finde, der hat sich als zu wichtiger Charakter aufgebaut, als dass der jetzt nebenbei einfach den Kopf explodiert bekommt, ja, was hier auch einfach so extrem ist, das ist auch schon wieder für One-Piece-Verhältnisse, so unglaubwürdig wirkt, oder, weil, sieht man das dann auch, weil, wenn es hier steht, muss man es ja in irgendeiner Weise sehen und das wirkt ein bisschen too much für One-Piece und vielleicht ist das sogar dann schon ein Hinweis, dass das vielleicht nicht so ganz das ist, was wir hier sehen, weil das ist sowieso immer die Sache, ja, die muss man ja auch mal ab und zu erwähnen und zwar, wir haben Hologramme kennengelernt, wir wissen überhaupt gar nicht, was Realität ist und was nicht, ist euch das eigentlich mal durch den Kopf gegangen über die letzten Wochen, wir wissen nicht mal, was wirklich wahr ist, ja, und deswegen warte ich ein bisschen mit meiner ganzen Meinung natürlich für das Kapitel für die Review, weil wir hier nur den Satz haben, dass sein Kopf explodiert, was, wie gesagt, ein bisschen extremst wirkt für One-Piece, aber das soll jetzt erstmal von den Spoilern gewesen sein, ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr neu sein solltet, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren, ihr könnt gerne ein Like da lassen und natürlich auch, wie gesagt, euren ersten Kommentar abgeben, ich weiß nicht so ganz, Leute, irgendwas rund um Shaka wirkt für mich immer noch zu merkwürdig und das wäre jetzt hier so beiläufig abserviert wird, wirkt noch merkwürdiger, gerade nach all den Wochen und Monaten, die wir uns mittlerweile in diesem Arc befinden und diesen Charakter kennengelernt haben, aber das dann mehr in der Review, bis zum nächsten Mal, adios.